Karl-Heinz Gala Metzner war ein deutscher Fußballspieler, der in den 1950er Jahren für den KSV Hessen-Kassel spielte und zweimal für die deutsche Fußballnationalmannschaft zum Einsatz kam. Laufbahn Metzner begann als Schüler mit dem Fußballspielen beim Kirchdittmolder Stadtteilverein Tospo 86-09 Kassel, der nach Kriegsende SG Kirchdittmold und ab 1947 VfL Kassel hieß. In den Kriegsjahren war er zeitweise als Gastspieler für Borussia Fulda aktiv. Fulda nahm 1944 als Gaumeister von Kurhessen an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft teil. Am 7. Mai 1944 setzte sich aber der Titelverteidiger Dresdner SC überlegen mit 9 zu 2 Toren in Fulda durch. Metzner stand als linker Außenläufer auf dem Platz. Als Mittelstürmer agierte bei Fulda der Nationalstürmer Ludwig Gärtner und Helmut Schön erzielte für den DSC alleine sieben Treffer. Nach der durch das Kriegsende bedingten Auflösung lebte der Verein zunächst unter dem Namen SG Kirchdittmold fort. Lokale Talente wie Metzner, Henner Giebhardt, Hermann Gröll, Erich und Fritz Trott sorgten dafür, dass die Mannschaft unter diesem Namen schnell in die oberen Klassen aufstieg. Nach einem torreichen Duell gegen die TSG Wilhelmshöhe für die Kurhessenliga, nach Kriegsende die zweithöchste Spielklasse unterhalb der Fußball-Oberliga Süd qualifiziert, schlossen die Schwarz-Weißen schon bald zur regionalen Spitze auf. Nach dem Zusammenschluss mit dem vormaligen Spielverein 06 zum VfL-Passel belegte man am Ende der Runde 1947, 48. immerhin Platz 6. Im Anschluss daran kam es aber bereits wieder zur Trennung, woraufhin zwei Entscheidungsspiele über den Platz in der Landesliga entscheiden mussten. Dieses Duell entschied der VfL zwar knapp für sich, musste aber schon im Jahr darauf absteigen, woraufhin Metzner 1949 zum KSV Hessen wechselte. In der ersten Saison, 1949, 50. belegte Hessen Kassel mit dem neuen Mittelfelddirigenten Gala Metzner in der Landesliga Hessen hinter dem SV Darmstadt 98 und Viktoria. Aschaffenburg den dritten Rang und war damit zur Runde 1951 für den neu gebildeten Unterbau der Oberliga Süd, der zweite Liga Süd qualifiziert. Mit dem Sprung in die zweite Liga war auch ein personeller Umbruch verbunden. Zu der vom altinternationalen Heini-Weber geführten Fußballabteilung stießen eine Reihe von lokalen Nachwuchstalenten, die in den folgenden Jahren das Gesicht der Mannschaft prägten. Nach einem vierten und dritten Rang in den Jahren 1951 und 1952 kam zur Saison 1952 53. mit dem ehemaligen Schalker Rudolf Gelsch ein renommierter Trainer, unter dem es nach fünf vergeblichen Anläufen auch endlich zum Aufstieg reichen sollte. Die Löwen wurden Wiesemeister der zweite Liga Süd und stiegen gemeinsam mit Jan Regensburg in die Oberliga auf. Einer der herausragenden Spieler der Rot-Weißen war in dieser Spielzeitgala Metzner, der alle 34 Liga-Spiele an der Seite von Karl-Hut-Flaß, Toni Hellwig, Karl-Schmidt und Alfred Hosung bestritten hatte. Unter Bundestrainer Sepp Herberger debütierte der Kasseler Publikumsliebling am Ende der Hinrunde am 28. Dezember 1952 sogar in der deutschen Nationalmannschaft. Das Heimspieldebüt in der Oberliga-Runde 1953 54. am 23. August 1953 gegen Viktoria Aschaffenburg verpasste der technisch versierte Spielmacher zwar wegen einer Verletzung, aber der Kasseler Fußball erlebte eine Blütezeit. Die 1 zu 5 Heimniederlage am 18. Oktober gegen den VfB Stuttgart verfolgten 30.000 Zuschauer im Aue-Stadion. Auch im Nachholspiel am 13. Dezember gegen den 1. FC Nürnberg waren 30.000 Zuschauer vor Ort. Ebenfalls am 17. Januar 1954 beim 1 zu 0 Erfolg gegen Eintracht Frankfurt eher im letzten Heimspiel. Am 21. März 1954 gegen mit Aufsteiger Jan Regensburg sogar 32.000 Zuschauer den 5 zu 1 Sieg mit drei Toren von Günther Siebert und je einem Treffer von Franz Dinger und Dirigent Metzner im Aue-Stadion verfolgten. Metzner absolvierte 28 Rundenspiele, erzielte dabei fünf Tore. Und der Oberliga-Neuling aus Kassel schaffte mit dem 13. Tabellenrang den Klassenerhalt. Obwohl die Mannschaft in der Oberliga gegen den Abstieg kämpfte, verzeichnete der KSV mit durchschnittlich 19.200 Besuchern im gerade erst fertiggestellten Aue-Stadion einen der deutschlandweit höchsten Zuschauerdurchschnitte. Aber schon im zweiten Oberliga-Jahr folgte für die Löwen der Abstieg. Bereits im Spätherbst hatte man nach acht Niederlagen in Folge den Anschluss verloren. Nach der Hinrunde wies der KSV ein Punktekonto von 8.22 Uhr Zählern auf und hatte damit die rote Laterne inne und musste schließlich am Saisonende als vorletzter gemeinsam mit dem FC Bayern München den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Am 1. Mai 1955 verfolgten nur noch 3.000 Zuschauer ein 1 zu 1 gegen Schwaben Augsburg das für lange Zeit letzte Oberligaspiel im Aue-Stadion. Metzner hatte nur in einem Rundenspiel pausiert. Zu seinem populären Beinamen Gala kam Metzner in jener Zeit, als seine Spiele Gala-Vorstellungen wurden. Der Ex-Nationalspieler blieb Kassel auch in der Zweite Liga treu und lief dort noch sechs Runden, bis einschließlich der Saison 1961 still für den KSV auf. Nachdem der direkte Wiederaufstieg verpasst wurde, rutschten die Löwen ins Mittelfeld der Zweite Liga südab. In der Saison 1957 58 still konnten die Hessen nur dank vier Siegen zum Saisonende den Absturz ins Amateurlager verhindern. Nachdem zur Runde 1960 61 still der Wiener Willi Baltan das Training übernommen hatte und auf Anhieb den vierten Rang belegt hatte, kehrte der KSV Hessen wieder in die Erfolgsspur zurück. Für Regala Metzner war jedoch mit dem Freundschaftsspiel am 5. August 1961 gegen Ratnegi Belgrad nach 365 Ligaspielen insgesamt werden für ihn 620 Spiele notiert die aktive Spielerlaufbahn zu Ende. Der Außenläufer und Halbstürmer ist damit bis heute Rekordspieler des Vereins. Abschied vom Fußball nahm er indes nicht. In der Amateurmannschaft und bei den alten Herren spielte Metzner noch viele Jahre und betreute neben seiner alten Liebe dem VfL. Auch dies der Wokika als Trainer und Ratgeber. Bereits 1941 hatte Metzner als 1,8-Jähriger an einem Nachwuchslehrgang von Reichstrainer Sepp Herberger der deutschen Nationalmannschaft teilgenommen. Der Schalker Herbert Burdenski hatte auch dem Kreis der hoffnungsvollen Talente angehört. Der junge Hesse kam aber durch Umstände des Zweiten Weltkriegs seinerzeit nicht zum Einsatz, nicht zuletzt. Weil der Länderspielbetrieb von 1943 bis 1950 ruhte. Im Zweiten Weltkrieg erlitt er im Fronteinsatz eine Handverletzung, die ihn ein Leben lang behindern sollte. Als er mit dem KSV Hessen-Kassel in der Saison 1952-53 in der 2. Division Süddeutschland um den Aufstieg spielte, brachte er sich als erfahrener Mann mit Spielmacherqualitäten, feiner Technik und herausragendem Passspiel wieder bei Bundestrainer Herberger in Erinnerung. Als am 23. November 1952 in Homburg sah ein Testspiel einer DFB-Auswahl gegen das Saarland stattfand, war Gala Metzner als linker Außenläufer aktiv. Er überzeugte Herberger und gehörte als Ersatzspieler dem Länderspielaufgebot am 21. Dezember in Ludwigshafen gegen Jugoslawien an. Acht Tage später, am 28. Dezember 1952, bestritt Metzner sein erstes Länderspiel beim 2 zu 2 in Madrid gegen Spanien. Zwölf Tage vor seinem 30. Geburtstag debütierte der Mann aus Gassel in der Nationalmannschaft. Er wurde in der 27. Minute für den verletzten Ottmar Walter eingewechselt. Im Tausch rückte Fritz Walter auf die Mittelstürmerposition und der Debutant in die Rolle des linken Halbstürmers. Im Mai und Juni 1953 nahm er Ansichtungsspielen der DFB-Auswahl gegen Bolten Wanderers und der Stadthelf Berlin teil. Sein zweiter offizieller DFB-Einsatz hatte er am 14. Juni 1953 in der Belender Elf, als in Düsseldorf ein überzeugender 5 zu 2 Erfolg gegen Spanien glückte. Dabei debütierten in der B-Elf auch Ulrich Biesinger, Herbert Erhard, Paul Mebus und Hans Schäfer. Sein zweiter Einsatz in der A-Nationalmannschaft folgte am 11. Oktober 1953 beim 3 zu 0 Sieg in der WM-Qualifikation gegen das Saarland. Er bildete dabei mit Helmut Rahn, Max Morlock, Horst Schade und Hans Schäfer den Angriff der Deutschen Elf. In der Belender Elf konnte er sich vor der Weltmeisterschaft nochmals in einem Länderspiel am 24. April 1954 in Offenburg gegen die Schweiz bewähren. Nach dem abschließenden WM-Lehrgang im Mai-Juni in München-Grünwald gehörte er bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz dem Kader des Weltmeisters Deutschland an. Kam jedoch nicht zum Einsatz. Nach dem WM-Turnier gehörte er in den zwei Länderspielen am 26. September in Brüssel gegen Belgien und am 16. Oktober 1954 in Hannover gegen Frankreich dem Länderspielkader an. Kam aber nicht zum Einsatz und beendete danach seine internationale Karriere. Neben dem Sportplatz. Der Zeitlebens in Kirch-Littmold wohnhafte Metzner war beruflich als technischer Zeichner bei der Bundesbahn angestellt. Seit 2004 ist in Kassel ein Platz nach ihm benannt, der Gala Metznerplatz im Stadtteil Kirch-Littmold. Nahe dem Sportplatz und dem Vereinshaus seines ehemaligen Vereins VfL Kassel. Auszeichnungen Ehrenring von Hessen Kassel